Bei uns in der Profiküche ist vakuumieren nicht mehr wegzudenken. Deswegen hat Zepter ein professionelles Vakuumiersystem für den Haushalt entwickelt. Und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Da haben wir das Vakuumgerät, hier haben wir eine Vakuumrolle, da macht man sich so eine Naht, die kann man sich hier verschweißen, dann geben Sie das Produkt rein, in dem Fall habe ich ein Rinderfilet genommen, Sie können genauso gut einen Fisch nehmen oder Geflügel nehmen. Hier ist die Naht, da muss der Vakuumbeutel natürlich drüber schauen. Jetzt klickt man es zu, einmal, zweimal, dann drückt man auf Start und dann vakuumiert es ein. Hier ist eine rote Lampe, die blinkt jetzt und wenn sie aufhört zu blinken, ist das Produkt eingeschweißt. So, jetzt machen wir es auf, dann hat man wunderschön ein Fleisch eingeschweißt, das jetzt in die Kühlung kommt und dann könnten Sie das Steak wunderbar nachreifen lassen. Bei dem Vakuumgerät ist auch noch ein Vakuumschlauch dabei, der ist wie eine Pumpe, man schließt den hier an. Hier gibt es Vakuumcontainer in verschiedenen Größen, da kann man wie hier zum Beispiel den Frühstücksquark oder Soße oder Suppe haltbar machen, vakuumieren. Das heißt, ich habe hier so einen Schalter, da gehe ich auf Vakuum, schließe jetzt die Pumpe an und jetzt drücken wir auf Vakuumcontainer und ratzfatz ist die Luft heraus. Jetzt verschließen, dann können Sie das Datum einstellen, in den Kühlschrank rein und wenn Sie ihn wieder brauchen, rausnehmen. Schauen Sie her, hier. Hebt. Und jetzt nehmen Sie raus, so viel Sie brauchen, dann verschließen Sie ihn wieder und gehen wieder zurück. Haben Sie das Vakuumgerät nicht, dann gibt es für unsere Vakuumcontainer eine Vakuumpumpe. Wieder auf Vakuumieren stellen, Pumpe ansetzen, draufdrücken und wenn das rote Licht leuchtet, dann ist die ganze Luft heraus. So, jetzt zurück, close, Datum einstellen, rein in den Kühlschrank und wenn Sie es brauchen. Rausnehmen, schon sehr, hebt wunderbar, öffnen und so bleiben die Lebensmittel immer frisch und Sie müssen nichts wegwerfen.